Also Heinrich Hartl mein Name, ich komme aus Oberwaltersdorf, vom Weingut Heinrich Hartl. Und ja, ich bin Heinrich Hartl der Dritte. Wir machen seit sechs Generationen Wein in Oberwaltersdorf. Ganz einfach Burgundermacher zu sein, den neuen Jahrgang zu feiern, es trifft sich heuer sehr gut, da wir wirklich knapp vor diesem Festival mit der Ernte fertig geworden sind. Und das ist wirklich ein sehr entscheidendes Ereignis jedes Jahr oder im Jahr des Winzers. Und umso mehr ein Grund wirklich zu feiern, sich zu freuen. Leidenschaft bedeutet für mich mit allen Lebensphasen, mit allem was man hat, was einem gegeben worden ist, sich für eine Sache einzusetzen, eine Sache zu leben und zu genießen und auch wieder Kraft davon schöpfen zu können. Genuss ist ganz einfach, sich gut gehen zu lassen. Ganz einfach wirklich sich besinnen, was einem gut tut, das einmal erkennen und dann aktiv daran arbeiten, sich das bereiten zu können und schlussendlich es auch zu schaffen, es zu genießen und davon profitieren zu können, sich wieder sehr positiv zu stimmen, Energie zu tanken und eine schöne Zeit haben.